Bei leichten Lieselregen geht es jetzt in die Schneverdinger Heide, die in der Mitte der Lüneburger Heide liegt. Mit ein wenig Glück kann man sowas wie mich bzw. eine ganze Herde Heidschnucken begegnen. Nur leider blüht die Heide noch nicht so, wie wir uns das erhofft hatten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir sind jetzt hier in dem Heidepark, in dem man über 200 Sorten bewundern kann. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018